Im 47. Juli Da sind ich heimgekommen. Ich war ein halbes Jahr in Deutschland. Von Russland aus. Da haben sie mich auf Deutschland gefeiert, die Kranken, weil Stalin hat keine kranke Leute gebraucht. Vor vier Jahren. Und ich war kalt gewesen. Am 17. Dezember sind wir fort von Russland. Und am 2. Jänner sind wir angekommen. In den Fischwaggon. Weil viele Todes, die wir gehabt haben, bis Deutschland. Und wir haben nicht gewusst. Wir haben gemeint, die fährt uns gleich heim. Dort, wo wir her sind. Und einmal zu der Visite. Im Speisesaal. Die Hoche Offiziere. Und ich habe eine neue Wartabox angehabt. Wartabox habe ich schon wie ich. Und die gingen an. Und wir haben da noch mehr Knochen gestellt. So jetzt nicht fertig. Dann sagte der Offiziere, ich soll die Boks runterlassen. Und da drinnen habe ich noch mal eine Boks gehabt. Und dann hat er gesagt, Aussehen. Der Hitler soll der andere kennen. Dann haben wir gedacht, ja, wieso der Hitler? Wie kommt er mit Hitler? So war das gewesen. Alle Morgen sind die Tiere aufgemacht gegangen am Vakon. Die Tode rausgekommen. Neben mir. Wir haben da so auf der Bank gesetzt. Neben mir sind zwei gestorben. Die sind in den Kohlenwakon gekommen. Und wie wir an die polakische Grenze gekommen sind. Und da sind die Posten gekommen. Wir waren mit russischen Posten. Das war ja gut. Nicht, dass der Zugiefer Fallgift. Und die hat ja auch gehabt. So viele Menschen hatten nie verkriegt. Die mussten die Deutschland lieber gehen. Dann sind sie gekommen, die russischen Posten. Wir haben schon russisch bisschen gekämpft. Dann haben sie gesagt, jetzt verlassen wir das Land. Wir fahren in ein anderes Land, auf Polen. Nie mit den Tieren aufmachen. Weil die Polaken, die waren schlimm gegen die deutschen. Was dort in Polen sich alles zugetraut hat. Dort waren ja Griechen und alles. Ja, aber wie wir mal über die Grenze waren, die Granitärs sind gekommen, haben also in die Wagone geschaut. Weil die Polaken haben eigentlich schon vor den Russen. Weil die Russen, die haben nicht sich gespielt mit denen auch nicht. Und ja, wir haben gleich die Tiere aufgemacht. Da sind schon die Weiber gekommen, vor Handeln, vor was ich gehabt haben. Und mal haben die schon vom Stationsgebäuers mit Maschinenpistolen in die Wagone geschaut. Das war die polakische Granitär. Ja, aber wir haben auch die Tiere zugemacht. Und wie wir aber in Polen waren, haben wir auch in der Hauptstadt, wie heißt man die Hauptstadt? Warschau. Warschau. In Warschau, da sind wir noch länger, sind wir noch in der Halle geblieben. Und du hast den Jens Hans gekannt. Den Jens, sein Schwervater. Der ist so runter und weiß nicht wie, ist er da rumgegangen, fechtgegangen und der Zug ist ab, vor Ruxin und nicht mehr. Dort, die Polaken, die haben er erledigt. Kein Mensch hat mehr gewusst, wo der hingekommen ist. Wie wir noch in Deutschland angekommen sind, am 2. Jänner, im 47-Jährigen und im 46-Jährigen an der Weihnachten, am 17. Dezember sind wir weggefahren. Das war noch schon organisiert, da sind sie schon an der Zug gekommen, die Rotkreis-Schwestern und die Wagone, die stark krank waren und die haben nicht mehr kennengelernt, die ist ins Spital. Und wir sind dann in Frankfurt-Oder, sind wir dort in ein großes Lager gekommen, da sind sämtliche Kriegsgefahren, die sind in Frankfurt-Oder gekommen. Wir haben dort unsere Entlassungsschein gekriegt. Russisch, die eigentlich heute noch, dass wir frei sind. Und ein Brief veröffentlicht ist gerne, also die Offiziere, also mir danke an Visarionovic Stalin, weil er uns die Freiheit geschenkt hat. Wir sind heute mal am Tag ein Landkartus gekauft, dass wir ja wissen, wo die Grenze ist. Verstehst du? Also oft gesitzt vier Mann, wo man Eichertanz, sein Schwervater, ich, mein Vater und der Rebssebte, was aus dem Komlem war, hast du gekannt, dem sein Vater, war mein Onkel, wir vier. Dann haben wir fahren, bis an die Endstation, so waren wir jetzt auf Canato fahren, gell. Wir steigen aus, gehen auf, war im Juni. War gut, wär doch schön, Sommer. Also, ja, die haben uns doch gekannt, wir waren anders angewähnt, gell. Dann kommt einer neben uns, sagt, ihr wollt sie nie über heite Nacht. Ja, also er fährt uns halt Nacht nie über. Gut, was wir zu zahlen haben, also zehn Mark, der Mann. Gut, aber wenn wir drüber sind, können wir nicht Geld, nicht jetzt schon zahlen. Also, gehen wir, er geht so 50 Schritte, geht er voraus, wenn er mit uns nichts zu tun hätte. Es war ein kleines Städtchen, dort war das Dorf, wir haben ja nicht viel gesehen, gell. Aber es war noch hell, es war vielleicht neun Uhr. Also, es geht, das waren damals schon die Gwannenwächer, Asphalt wert. Und wir gehen, und das war so eine Anhege, sagt man von Weidem, es wird kein Fahrradwerk. Und mal, Tüttütt, ein Auto hin an uns. Wir sind aufs Seid gleich, die Straße war nicht bereit gewesen. Ja, die Fahrer langscht, bis zu dem, gestoppt, die Türen hochgemacht, die haben Arme angepackt und in das Auto und zurück. Der hat alle Nacht seit derer niedergefährt, weißt du? Die haben die schon. Ja, aber was mit uns jetzt? Ja, aber uns haben sich gar nicht gekümmert. Na, wir gehen, kommen noch zwei alte Leute, die haben so ein Wäldchen gehabt und haben Gras gehabt. Haben vielleicht Hase gehabt oder Gäse oder was. Da sagen wir, wissen Sie nicht, wo die Grenze hier ist? Ja, sagt er, schauen Sie mal. Vielleicht, ach, nochmal so weit wie der Zaun. Schauen Sie dort, das Schild, dort ist die Grenze. Aber hier, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Ja, wir waren vielleicht bis an die Mauer gewesen. Steckte einer in der Kuppe, die Gerst war gel, vorab machen, schon in der Zeit. War Gerst. Wir lassen uns gleich dort hinfallen. Ja, wir haben gemeint, wir sind noch, kommen Sie nur her, hat mich gesagt. Dann sind wir hingegangen. Was ist mit euch? Ich hatte gemeint, Schmuggler oder so, gell. War ein deutscher Granzer gewesen, ein deutscher. Dann sagt, wo wollen Sie hin? Dann schauen Sie so und so. Ich habe geschaut, was wir haben, gell. Bis sie dort immer, was hat man da gehabt. Rucksack, bis sie was drin gehabt. Dann, sie sind nach Rumänien und haben gesagt, von Russland und die haben uns auf Deutschland gebrungen. Hin und her, wir wollen aus der russischen Zone fort. Sagen, wissen Sie was? Ich bin jetzt im Dienst bis um zwölf Uhr. Halbe zwölf im Dienst, die an der Grenze. Sie gehen jetzt runter, was so runter, so gegen das Tal. Und dort stehen leere Viechwaggonen und ihr legt sich dort hin, hat man gesagt. Und ich komme nach meiner Dienstzeit und werde nachschauen. Und wirklich, weil wir haben ja auch nicht schlafen können, aufgeregt geworden. Wir gehen, lehren sie ja dort in die Viechwaggonen, gedeckte Waggonen, gell. Und, wie die Zeit war, leichten wir die Taschenlampe hin. Und ich sage, seid ihr ja, da, ja. Also, hör ich mal, hat ihn gesagt. Sie müssen aufstehen, bevor ihr das Tag gebt. Und gehen Sie bis auf die andere Gemeinde, weil wenn die da aufsteigen im Zug, haben die gerade nicht schon erreicht. Und wir sind hier, sind Bahnlinie Nogam, was war nicht, vielleicht drei Kilometer, das nächste Station. Und sind dann, äh, 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 Ängste. Wo wollte ich hin? Passau. Bis Passau. Ja, wir sind in den Zug, der war so voll, war kein Schnellzug. In der Zeit, das war nur um Krieg, leider wurden noch die Linien nicht überall repariert. Wir sind gefahren, vielleicht bis Mittag. So lange sind wir gefahren, war doch weit. Und dann sind wir in der Station, hast du gehört von Fulda. Fulda. In Fulda, Rengefahr. Na ja, da steigen keinen innen und steigen keinen außen. Na, was ist denn da? Rausgeschaut zum Fenster. Hochpolizei. Der Zug war umstellt mit amerikanischer Polizei. Wir haben ja auch keine amerikanische Polizei gesehen. Kommen zwei in den Waggon. Drei Mann. Zutritt worden. Ich kann mich nicht mehr so gut. Das haben sie gewusst. Kennkarte. Bitte Kennkarte. Ja, wir gehen unsere russische Zelle dorthin, geht dem. Der Schau, der hat das gar nicht lesen können. Geht dem Offizier. Der Zeltat. Damals sind die ersten Neger gewesen. Zeltat. Die ersten Neger, ich habe noch keinen Neger gesehen, keinem lieber. Aber das ist doch gefahren. Und der Schau dort macht mit dem Gummiknippel aussteigen. Ja. Wir sind auch raus aus dem Zug. So wie waren wir jetzt da raussteigen, gell, und sind noch rausgegangen. Dort war die Straße, dort hat schon ein Lastautokal. Und dort drauf. Was soll jetzt mit uns gehen? Schießen können sie doch nicht. Ohne je. Rausgefahren. Aber noch, wie wir aus der Stadt von Fulda raus waren, haben wir gesehen, so vielleicht einen Kilometer oder vielleicht noch. Dort waren noch deutsche Militärskaserne von Hitlers Zeit. Aber die waren damals voll amerikanisch Militär. Auf am Dach mit Maschinengewehren. Und die Schäfer waren am Tor. Vor der Tor, der Posten macht das Tor auf. Wir rennen, runter in den Keller. Mit uns. Da war vielleicht schon so ein Uhr. Na, Militär hat schon abgegessen gehabt. Wir waren nicht lange im Keller. Kommen Sie raus mit euch. Manche nicht verstanden. In Speisesaal. Aber die haben uns mal abgefiedert. So haben wir schon lange nicht gegessen. Was wir dort gekriegt haben. Das Militär hat ja gut gegessen, nicht das amerikanische. Aber mit der NATO. Dort waren es zu Feldbattern. Dort haben wir uns dort hingelegt. Und haben ja noch dort über Nacht im Keller gehabt. Der andere musste raus. Frühstück auf das Auto genommen. Na, was weiß jetzt. Wohin jetzt. Haben die uns auf Fulda geführt. Und haben uns im Militärgefängnis übergegangen. Ein Gefängnis. Dort waren Verbrecher, Mörder, alles. Da waren wir zwanzig Mann in der Zelle. Drei gequälte Kronbeere. Und eine leere Suppe. Haben wir dort zu fressen gekriegt. Wir waren jetzt raus. Zwei Mann waren im Dienst an den Kiebelwohnen. Die Notverricht genieß, gell. Der hat dort gestanden. War da so Fenster gewendet. Die hat man aber noch so weit gesehen. Der hat so gesehen. In der Stadt die Leute fies. Da hat man, was sie gekriegt sind. Im Hof. Im Kreis rundherum gehen. Die mit der Maschinenpistole. Eine halbe Stunde Übung machen. Nochmal hin. In der Keller. Das hat vielleicht acht Tage gedauert. Nein. Aber alle Tage ist einer ruft gerufen in die Kanzlei. Dort waren hohe Offiziere, Amerikaner. Und seit Dolmetscher. Wo war der? Was hat er gesehen in Russland? Was hat er erlebt in Russland? Ausgeforscht, gell. Wir hatten immer das selbe Lied gehabt. Geholgen von Rumänien. Und jetzt haben sie uns doch hergebrungen. Und wir wollen hin. Das war unsere ganze Sache gewesen. Das war aber ein Glück. Die sind auf den Bahnhof gegangen. Haben uns das Geld zurückgebrungen. Wo wir gezahlt haben. Die Sache. Die Fahrt. Geld haben wir zurückgegeben. So organisiert war das. Die haben uns aber noch rausgeholt. Auf das Auto. Und gehen wir. Motsch bleibt uns stehen. Im Wald. Sondern durch die Grenze. Hat uns niedergeschoben. Nommen in die Ostzone. Da. Aber jetzt schnell, wenn die Russische jetzt kriegen. Aber noch seid ihr dran. Wenn die uns gekriegt hätten. So ist es uns gegangen. In Fulda wurde ich immer erwärts gewesen. Ja, wir sind auch zurück. Weißt du was? Ich war aus dem Erzgebiet zu meinem Vater. Das war ja nicht bei mir. Ich bin ja von Dresden, Rohn und Leipzig. Bis was. Ich wurde von Leipzig auf meine Gemeinde. Im Dorf wurde gewöhnt. Und wir haben aber in der Ostzone am 1. Dezember. Am 1. Am 1. Am 1. Am 1. Hast du Lebensmittelkarte gekriegt. In der Ostzone. Vor den ganzen Monat. Du hast noch Zigarre, Zigaretten, Saaf, Leckware, Krummbeeren. Aber auch noch nicht vor Leben, nicht vor Sterben. Aber ich habe nichts gekriegt. Ich war nicht zuständig dort. Aber die anderen drei, die haben ihre Lebensmittel geholt. Vor dem Tier raus. In der Ostzone. Und die haben uns noch nachgerufen. Ach, ihr wollt sie lieber Speck fressen. Wir hatten nicht geschaut. Wir sind je. Und war der Wald gewesen nicht weit. War nur ein Gewanderweg. Aber nicht das. Eine Stange war so drüber. Und rum die Stange. Rupp. Wir waren keinen Zehn-Schritt. Halt! Nein, nein. Die kann ich nicht schön. Aber auf unter Westseid. Was ist denn mit euch? Den haben wir das selbe Lied geschong, gell? Ja. Also Gutes haben gesagt. Kommt nach Hof. Aufs Büro. Wir haben jetzt Befehl. Die, die durchgehend von Ostdeutsch werden, werden nicht mehr zurückgeschoben. Hat das sich geändert gehabt. Und die haben uns noch abgehend. Da sind wir runter bis Passau. Aber auch ohne Geld sind wir gekommen. Weißt du, wo Schalding war? Schalding, hast du gehört von Schalding. Neben Passau. Dort neben der Donau war ein großes Lager gewesen. Baracken. Dort waren Flüchtlinge. Und wo schon vom Militär daheim waren. Und dort waren wir noch gewesen. Stücke zwei, drei Tage. Und dann sind wir noch heimgekommen. Von dort mit dem Transport. Bis zum Großparteien. Und wenn wir in Großparteien reingefahren sind auf dem Bahnhof, ist die rumänische Zeltade schon die Zukunft gestellt. Bis das sich noch geklärt hat. Die haben gemeint, dass sie in Kriegsgefangene wärst. Da waren wir ja frei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.